neues spiel neues glück ich muss mal schauen ich spiele zum ersten mal seit ewigen zeiten mit der pubg und ich ich spiele mit tastatur mit tastatur das hat einen großen nachteil ich spiele normal nie mit tastatur ich spiele immer mit meinem azeron keyboard und ich glaube ich werde so schlecht sein jetzt hier ich glaube ich habe manchmal ein peak button gebeindet ich glaube ich habe nicht mal ein peak button gebeindet das sind welche oh mein gott ich muss auch sagen pubg ist im vergleich zu im vergleich zu diablo echt brutal schwer also ich erinnere mich dass ich gesagt habe ich spiele party weil es das schwerste spiel ist eins der schwersten spiele die es gibt komm mal open the fucking oh mein gott ich kann damit nicht spielen bin lad ich nach wie kann ich rennen das ist was ich meine wenn ich mich jetzt anfangen um zu gewöhnen ich weiß nicht mal ich finde immer meine oh mein gott wo ist die wo ist die wo ist die sind hinter alles dachte ich habe einen cut ganz ehrlich kann so ein spiel wirklich nicht weil sie euch fragt wieso ich mich immerhin lebt ganz einfach weil ich die tasten noch nicht drauf es wird so ultra ich soll echt so nicht spielen ich soll es so nicht spielen ich gewöhne es mir falsch an und dann bin ich voll geliefert wenn ich wenn man erst mit dem keyboard wieder kommen weisen ist cool aber ich lasse die jetzt muss ich oh mein gott tires es ist schon ein bisschen was zu tun ich weiß nicht mehr wie ich mich knie ich brauche ein red dot mir ist sicher dass ich hier nicht allein rum renn ok ganz ehrlich diese ergo diese ergo keypads sind so viel geiler als normales keyboard das merkt man erstmal wenn man wieder bezwungen ist auf ein normales keyboard umzusteigen ich bin voll in der roten zone da ist er das ist auch was geiles wenn ich dann einfach so die waffe wechsle obwohl ich das nicht wollte wer schmeißt granaten auch fatal wenn man auf die tastatur schauen muss um zu gucken wo der nachladeknopf ist ich kann es doch noch ein bisschen ja von den guten lud eigentlich ok passt wie gesagt also ich bin ultra da sind wir so ich habe einen gehört hier rechts was ich halt gerne hätte ich komme null zurecht mit den tasten red dot kein red dot da drüben ist einer ok ich treffe noch der war aber kein bot noch leben wir wie gesagt alt werde ich nicht werden munition haben wir ja echt guten loot eigentlich die schallis sind top die menge an schallis kann man den motzen da motze ich nicht das ist vor mir die rote zone ich habe immer noch kein red dot explosion ist recht weit weg tut mir jetzt erstmal nicht weh ich kann da nicht rein kein keybein dafür direkt vor mir hier rechts genau shit oh ich mag hier nicht das sollte ich nicht allzu oft machen oh das war knapp wir haben auch noch irgendwie so reifen platzschieß mission ich habe auch noch ein paar Oh mein Gott. Noch eins. Komm. Da war noch einer. Da ist noch einer. 28. Okay. Ich kann nicht fahren. Oh mein Gott. Ich kann nicht fahren, weil ich die Keeper uns anders gemacht habe als mit meinem Azerom. Er war hier. Muss hier irgendwo rumleuchten, direkt vor mir. Ich habe ihn noch gerade hier gesehen. Ah, da unten ist er. Was macht der Kasten? Komm mal. 9 Kills ohne gescheites Keyboard, beziehungsweise mit einem normalen Keyboard. Geht eigentlich bisher. Wenn ich jetzt kein Boot finde, bin ich geliefert. Wo ist denn die Karte? Die kann ich noch nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich die Karte habe. Bei M? Nee. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wo die Karte ist. Davon ist das Boot. Das ist gut. Dann müssen wir hin. Aber sobald ich dem ersten richtigen Gegenüber aus dem Weg laufe, bin ich sowieso geliefert hier. Weil ich mich gerade echt richtig schlau anstelle. Ich muss die Keybinds umändern. Dass ich nicht auf Granate wechsle, wenn ich markern will. Da ist auch noch irgendwas AG. Wie? Ach was? Da steht einer oder was? Stirbt der jetzt dahinter? Nee oder? Das finde ich ja ultra witzig. Bleibt der jetzt dahinter oder? Nee. 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 Nicht mit rum bekleckert. Aber egal. Mal rein ins Boot. Wie gesagt, ich kann nicht mal auf die Karte gucken, weil ich nicht weiß, wo der Karten-Keybind ist. Ich kann ja nicht, ich kann ja nicht fahren. Ich kann ja nicht fahren. Wie kann ich Gas geben? Vorwärts? Wieso kann ich nicht fahren? Oh mein Gott. Das ist der Grund. Wollt ihr mich verändern? Warte mal, was ist ein Settings? Key Input? Nein, Key Windings, Vehicle, Accelerate ist E. Ach was? Auch gut zu wissen. E ist Accelerate, da kommst du nicht drauf. Key Binds, wie gesagt. Key Binds. Die Key Binds des Grauens, wenn wir uns noch einen Penkel reinpfeifen, da kommen wir nicht hoch. Ich kann halt nicht nach links, ich kann halt nicht nach links lenken. Aber wir sind fast an der... Können wir hier hoch? Ne, wir müssen nach vorne. Hässlich, hässlich, hässlich. Okay, wir sind da. Unfassbar. Was ich noch am Leben bin, ist bemerkenswert. Okay, ähm, noch ein Penkeler. Das ist wie gesagt jetzt der Grund, der offizielle Grund, wieso ich die letzte zwei Wochen kein PUBG gespielt habe. Weil es einfach nicht wirklich geht ohne... Mein Aceron-Keyboard kann ich kein PUBG spielen. Was ich aber machen kann, ist... Mir ein zweites Aceron kaufen und wenn irgendwas kaputt geht, dann hole ich das zweite aus dem Schrank. Spiel damit. Ich finde die Idee gut. Ich glaube, das mache ich. Was kostet die Welt? Wie kann ich mich hinlegen? Ah ja, okay. Gut. Okay, dann müssen wir jetzt nur noch abwarten, ein bisschen Tee trinken. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich hier sterben, ist ziemlich sicher. Weil ich einfach seit langem, langem, langem nicht mehr gespielt habe. Und dementsprechend echt ziemlich raus bin. Boah, den habe ich Ultra getroffen. Links von uns ist einer. Hier. Nämlich für Apple. Hier macht jetzt nichts mehr. Die Browser. Oh, was denn da drüben eigentlich? Das ist glaube ich nicht schlau, was ich da gemacht. Warte mal. Ja. Auf, auf, auf. Richtig gut, was ich da gerade gemacht habe. Kann ich mal pieken? Kann ich mal pieken? Kann ich mal pieken? Ich schieße halt die ganze Zeit. Warte mal. Guck mal. Warte mal. Boah, der trifft. Der war knapp. Er ist da unten. Ja, so richtig treffen tut er nicht. Das war's. Oh, oh, ja, das, das war dumm, ich bin nicht gerannt, ich hätte ran, rennen müssen, aber jetzt schauen wir den mal noch kurz zu, ja, das, wie gesagt, ich, falsches Keyboard, hatte Glück gehabt, den hätte ich, den hätte ich so gehabt, wie viel Schaden habe ich dem eigentlich gemacht? Ich bin, ich bin nicht gerannt, das hätte ich unbedingt tun müssen. Oh, oh, oh. Oh, na, der durchscht auch nix. Na, doch! Okay Ich kann mit dem also ich weiß nicht ob ich schon mal erwähnt habe ich kann mit dem normalen keyboard mittlerweile nicht mehr spielen ich bin einfach so raus Ich hoffe dass morgen die ersatzteile kommen Ich kann euch kurz mal das problem zeigen Das ist das corpus delicti hier ne Also ein cyborg keyboard Und da ist dieser penümpel abgefallen hier Der penümpel ist abgefallen Und wenn der penümpel ab ist dann könnt ihr nicht mehr spielen ne Könnt ihr versuchen irgendwie festzukleben aber ich glaub das bringt nix Und das sorgt für großen verdruss das sorgt bei mir für großen verdruss gerade Was ich machen könnte ist versuchen nicht ne aber das geht nicht Mäh Hat der nicht gecheckt dass da einer gerade auf ihn geschossen hat Noch fünf Noch fünf Sind beide außerhalb der zone wie witzig ist Was habe ich denn eigentlich alles an mission erledigt schon Bestellen mir jetzt aber noch so eins von diesen erster und cyborg dingern Und dann wie gesagt habe ich einfach zum swappen Great Da vorne ist einer Direkt vor ihm saugeil Den hat er nicht gesehen wie witzig ist denn das Da ist einer Fuck was geht Was war das Da waren zwei im gebüsch gesessen Oh mann ich wie ärgere mich grad dass mein komisches keyboard nicht da ist Das ist der typ den er vorhin hätte wegschnetzeln können Hat er aber nicht Weil er sich zu viel zeit gelassen hat Jetzt hat er auf die mini umgeschwitzt Ich glaub die idee war gar nicht dumm Weil mit der ding hat er nicht wirklich viel getroffen Oh shit jetzt kriegt das Die Kanade war nach Drei mal getroffen Okay der andere typ ist Der ist tot Der ist tot Der ist tot Der ist tot Rechts von dir ist noch einer Mit einer schallgedämpften mini Rechts von dir ist noch einer mit einer schallgedämpften mini Der hat den typen gerade platt gemacht Rechts von dir ist einer mit einer schallgedämpften mini Der weiß wo du bist Er ist rechts von dir Er hat mir wieder nicht geglaubt Ja sag mal ganz so schlecht war es gar nicht dafür dass ich hier mehr oder weniger handicap gespielt habe Gar nicht so schlecht gewesen Danke fürs zuschauen Und wie gesagt ich hoffe dass das ding bald wieder kommt Weil die neue season schaut gut aus Die neue season schaut gut aus Gibt's goodies goodies Müssen wir alles durchspielen jetzt die ganze mission Also machs gut bis zum nächsten mal Ciao ciao